In Johannes 3,16 heißt es, dass Gott diese Welt und dass Gott uns, seine Schöpfung, so sehr liebt, so sehr liebt, so bedingungslos und grenzenlos liebt, dass er seinen eigenen Sohn hingibt, um für uns am Kreuz zu sterben, um für unsere Übertretungen zu bezahlen, weil er nicht mit ansehen möchte, dass wir uns in unser Verderben stürzen. Die Frage, warum er das überhaupt zulässt, ist relativ einfach beantwortet. Zu einer gesunden und wirklich ehrlichen Beziehung gehört eine gegenseitige Liebesbeziehung zwischen Gott, der unendlich Liebe ist, und dem Menschen, der frei auf Gott zugeht. Und Gott möchte, dass wir Menschen selbst erkennen, dass wir Gottes Liebe brauchen und dass diese Liebe das Größte ist, das wir erreichen können. Wenn aber Jesus ein Gott der Liebe ist, fragen sich viele, wie ist das dann vereinbar mit der Situation der Hölle? Wie kann es sein, dass so viele Menschen in der Finsternis und in der Hitze, in den Flammen, im Feuer der Hölle verloren gehen, nur weil sie nicht an ihn geglaubt haben? So wird argumentiert. Und viele argumentieren dann ferner, dass sie an einen solchen Gott nicht glauben wollten und auch nicht könnten. In diesem Beitrag werden wir auf eine weitere Episode kommen. Wir haben ja bereits uns über die Hölle unterhalten und festgestellt, dass die Hölle existieren muss. Denn ansonsten kommt es zu einer völlig ungerechten Situation. Würden alle in den Himmel kommen oder würde niemand die gleichen Chancen auf die Erlösung erhalten, aber auch die gleichen Chancen haben, in die Hölle zu kommen, bestünde überhaupt kein Unterschied mehr zwischen Mutter Teresa, die zahlreiche Arme und Kranke versorgt hat, zwischen Papst Pius XII., der zahlreiche Juden vor der Deportation bewahrt hat, zwischen dem Apostel Paulus, der so viele Menschen gerettet hat und ins Heil gebracht hat, durch seine rettende Botschaft, durch die Botschaft des Herrn Jesus Christus, die er auch unter Heiden bekannt gemacht hat und dafür selbst Schläge und Leid und tatsächlich Übergriffe, körperliche Übergriffe, aber auch seelische Plagen in Kauf genommen hat und Adolf Hitler, der zum Beispiel jemand gewesen ist, der nur auf seinen eigenen Machtvorteil sah, der machthungrig war, der nicht genug haben konnte und der dafür zahlreiche Menschen in den Tod schickte. Sei es durch die grausamen Gaskammern, sei es durch willkürliche Verhaftungen und Ermordungen oder sei es durch die zahllosen Opfer des Machthungers Hitlers, der dann im Zweiten Weltkrieg ausgeartet ist, in zahlreichen brutalen Angriffskriegen. Doch wenn Jesus ein Gott der Liebe ist, wenn Jesus uns so sehr liebt, wie kann es sein, dass er manche Menschen an den grausamen Ort der Hölle schickt? Nun, Jesus Christus spricht ganz klar und ganz offen über das, was uns nach dem Tod erwartet. Wir als Christen können sterben und sagen, dass wir wissen, was uns danach erwartet. Denn Jesus spricht selbst darüber, was passiert. In Lukas Kapitel 16 Verse 19 bis 31 haben wir das einzige Gleichnis Jesu, in dem eine Person mit Namen bezeichnet wird, und zwar der arme Lazarus. Dieser Lazarus bekommt einen Namen und zeigt uns somit, dass es sich hier um eine tatsächliche Begebenheit handelt. Das bedeutet, der Herr Jesus Christus übermittelt uns hier etwas, das tatsächlich so geschehen ist. In Lukas 16, 19 bis 31 lesen wir also, Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag herrlich und in Freuden lebte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als nun der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus zu mir. Er soll wenigstens die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte, mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen Anteil am Guten erhalten hast. Lazarus aber nur Schlechtes. Jetzt wird er dafür getröstet, du aber musst leiden. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, sodass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte, nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Was lernen wir in dieser Geschichte? Es war in der Periode des zweiten Tempels so, dass man sich danach definierte, dass man Status hatte, dass man Reichtum hatte, dass man tatsächlich von Gott gesegnet war, dass man als von Gott gesegnet galt, wenn man tatsächlich zahlreichen Reichtum hat. Status und Reichtum war das Zeichen, dass man in Gottes Reichtum gelangt war, dass Gott einen gesegnet hatte, dass Gott es ganz besonders gut mit einem meinte. So sehen wir das zum Beispiel auch in Lukas 16, 14. Und am Beispiel der Pharisäer, die von Jesus des Öfteren als Heuchler kritisiert wurden, sehen wir dies ganz besonders. Denn die Pharisäer rühmten sich ja, dass Gott sie ja so sehr liebe und dass sie ja so toll seien und dass sie so toll vor den Augen der Menschen und vor den Augen Gottes gewesen sind, weil sie ja alle Gebote immer gehalten hätten. Und hier sehen wir schon, worum es tatsächlich ging bei der pharisäischen Theologie. Ging es hier um Gott? Ging es hier um Gottes Liebe? Nein, denn die Pharisäer haben hier nicht das Zentrum auf Gott gelegt, so wie Jesus das getan hat. Die Pharisäer haben auf Status und Reichtum gesehen, haben ihren Reichtum genossen, haben in jeder Pracht und Wonne gelebt und haben sich dann quasi so verhalten, dass sie gesagt haben, wir lassen den Gott jetzt einen guten Mann sein. Und das haben sie dem zugeschrieben, dass sie ja so gerecht waren, weil sie sich rühmten, das Gesetz zu halten. Dabei ging es ihnen aber nicht um Gott. Dabei ging es ihnen vor allem um ihren Status. Sie haben das Gesetz nicht gehalten, weil sie Gott so sehr liebten oder weil es ihnen vor allem um Gott ging. Sie haben das Gesetz gehalten, um vor den Menschen gerühmt zu werden, wie toll sie doch seien. Um Gott zu zeigen, dass er sie segnen müsse, weil sie ja so großartige Menschen sind. Doch Gott, glaubst du, der lässt sich veräppeln? Nein, garantiert nicht. Denn Gott weiß ganz genau, was im Menschen vorgeht. Wenn ich sage, ich gehe jetzt jeden Sonntag in die Kirche und halte dort zahlreiche schöne Vorträge, die sich gut anhören, weil ich möchte ja in den Himmel kommen. Und das würde mir dann schon gewähren. Dann weiß Gott ganz genau, dass ich ihn für einen Idioten halten würde. Und dann würde diese Rechnung auch nicht aufgehen. Ginge es mir also gar nicht um den allmächtigen Gott, dann würde ich mich rühmen. Dann würde ich sagen, ja, ich bin der und der und ich wohne da und da. Spendet mal ein bisschen, weil ich bin ja der treue Gottesdiener. Aber so funktioniert es halt nicht. Gott sieht darauf, was das Herz begehrt. Begehrt das Herz den Ruhm des Menschen oder begehrt das Herz tatsächlich Gottes Liebe? Und bei den Pharisäern war es vor allem der Stolz, der sie dazu führte. In Matthäus 7, 21 bis 23 lehrt uns der Herr Jesus Christus allerdings, dass das nicht das Einzige ist. Und dass Sünde nicht nur heißt, gegen Gottes Gesetzmäßigkeiten im Alten Testament zu verstoßen. Denn Sünde bedeutet noch viel mehr. Sünde bedeutet nämlich, auf alles mehr zu achten als auf Gott. Alles zu verherrlichen, nur Gott nicht. Etwas höher zu stellen als Gott. Das ist eine Sünde. Das ist es, was kritisiert wird. Und in Matthäus 7, 21 bis 23 macht Gott auch ganz klar, was er von denen hält, die ständig so tun, als wären sie die größten Gottesdiener, es aber in Wirklichkeit nicht sind. Denn Jesus sagt, viele werden seinen Nabelt rufen und werden sich rühmen, dass sie Dämonen ausgetrieben hätten in seinem Namen. Aber dann wird Jesus gesagt haben, naja, ihr seid Diener der Gesetzlosigkeit und ich habe euch nicht gekannt. Aber warum hat er sie nicht gekannt? Sie haben doch Wunder im Namen Jesu vollbracht, waren ja so treue und tolle Gottesdiener. Naja, und genau hier besteht eben der große, große Denkfehler dieser Menschen. Denn es geht nicht darum, was sie getan haben. Es geht darum, ob sie im Herzen die Liebe Gottes tragen und ob das, was sie tun, das, was sie fühlen, das, was sie denken, ob das, wofür sie leben, ist, dass man den Stolz weiter zeigen möchte, dass man von den anderen gerühmt werden möchte für das, was man tut. Oder aber, ob es ihnen lediglich ehrlich und aufrichtig darum geht, zu sagen, ich bin ein armer Sünder, doch ich liebe Gott. Und diese Liebe Gottes ist das, was in Markus 12 gesagt wird, das uns retten wird. In Markus 12 sagt der Herr Jesus Christus, dass das Gebot, das in Matthäus 7, 21 bis 23 gemeint ist, dass die Liebe zu Gott ist. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Denn wir alle sind Ebenbilder Gottes, wir alle sind Geschöpfe Gottes und die Liebe zu Gott soll sich natürlich auch in unserer Liebe und Wertschätzung zu seinen Werken, zu seinen Geschöpfen ausdrücken. Nun, in Matthäus 10, 28 lesen wir, dass Seele und Körper in der Hölle zerstört werden können und dass man sich vor dem fürchten soll, das das macht. Aber dass wir uns für nichts fürchten sollen, das den Leib tötet, aber die Seele nicht zu töten vermag. Nun, was bedeutet das? Wenn ich in meinem Leben mich auf etwas fokussiere, das nicht Gott ist, wenn ich also Gott als Nebenbuhler quasi betrachte und in Wirklichkeit eine andere Leidenschaft, die vergänglich ist, eine materielle Leidenschaft, zum Beispiel die Leidenschaft fürs Essen, an erster Stelle rücke, dann wird das meine Seele zerstören. Denn dann habe ich meine Seele nicht an einem sicheren Hafen. Ich lebe nicht für Gott und ich liebe Gott nicht am allermeisten, sondern das, wofür ich lebe, wird eines Tages weg sein. Ich kann mich über einen guten Burger freuen. Ich kann ihn genießen. Aber wenn der Burger weg ist und wenn ich eines Tages am Sterbebett liege, dann ist es vollkommen egal, wie der Burger geschmeckt hat. Dann gibt es nur noch eine Frage. Und zwar hast du den Herrn Jesus Christus, hast du die Liebe Gottes geliebt und gelebt, hast du für diese Liebe gelebt? Gott sagt, er ist Liebe und er ist undurchdringbar Liebe. 1. Johannes 4, 8 Und in Jesaja 53, 5 bis 6 lesen wir, dass der Messias für unsere Sündtaten, für unsere Schandtaten, dass man sich von Gott entfernt hat, dass man sich vom Schöpfer, vom eigenen Schöpfer, vom eigenen Vater entfernt hat, dass er dafür leidet, dass er all diese Strafen, die wir ertragen müssen, dafür, dass wir uns von Gott getrennt haben, auf sich nimmt in der menschlichen Natur. Damit, wenn wir an Jesus Christus glauben, mit ihm vereint sein können und damit uns unsere Sünde verziehen und vergeben wird. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wie sehr Jesus gelitten hat. Hat Jesus die Chance ergriffen, als zahlreiche Menschen ihn zum König machen wollten? Nein. Hat Jesus die Chance ergriffen, als er materiellen Reichtum erlangen konnte? Nein. Hat Jesus auf materiellen Reichtum verzichtet? Hat er psychische und physische schwere Gänge auf sich genommen, nur um uns Sünder zu retten? Hat er etwas erlitten, das er eigentlich nicht erleiden muss, aber er trotzdem erlitten hat, weil er uns so sehr liebt, dass er uns nicht in der Hölle verloren sehen will? Ja. Das hat er getan. Und hier sehen wir, es kommt darauf an, worauf wir unser Leben ausrichten. Ich kann Leidenschaften haben. Ich kann auch andere Interessen haben. Ja. Aber mein grundlegendes Interesse, das Wichtigste in meinem ganzen Leben, muss Gott sein. Denn Gott hat diese Welt erschaffen. Gott liebt diese Welt, 1. Johannes 4, 8, und deswegen hat er sie auch erschaffen. Wir existieren, weil Gott uns geschaffen hat. So dankbar, wie wir unserer Mutter sein müssen und unserem Vater sein müssen, was sie alles für uns getan haben. Genauso dankbar und noch viel dankbarer sollten wir Gott, unserem Schöpfer sein. Was ist all das, was möchte ich mit all dem ausdrücken? Wir haben eben Lukas 16, 19 bis 31 gelesen. Hier heißt es an einer ganz besonderen Stelle, du hast deinen Reichtum bereits empfangen. Der reiche Mann, der hier keinen Namen hat, sondern der arme Mann, der Lazarus, dem wird der ganze Status verliehen, der wird hier erhöht. Dieser Lazarus mag ein Mann gewesen sein, der sein Leben lang gottesfürchtig war, der aber allen Entbehrungen auf dieser Erde ausgesetzt war, der also keinen materiellen Reichtum zu erreichen hatte. Der reiche Mann hingegen, der hat in Saus und Braus gelebt und der hat noch nicht einmal dem armen Lazarus etwas abgegeben. Hat er sich um Lazarus geschert? Hat er wirklich die Liebe Gottes weiterverbreitet? Nein. Er war nur so lange gottestreu, solange es ihm gut ging. Ging es ihm nicht mehr gut, so wäre er verzehrt worden. Und hier sehen wir, dieser Reichtum, den er angehäuft hat, der ist zerflossen. Und zwar in dem Moment, als er gestorben ist. Und in dem Moment, als er gestorben ist, war diese Kategorie obsolet. Das Materielle, aller Reichtum, den er hier auf der Erde hatte, war obsolet. Er hat sich aber krankhaft darauf fokussiert. Das ist genauso wie mit irgendwelchen Diktatoren, irgendwelchen durchgeknallten Diktatoren. Die meinen, sie müssten die Weltherrschaft erlangen, die allen Ruhm und allen Reichtum suchen, die den Ärmsten der Armen alles wegnehmen, noch das letzte Brot krümelchen, damit sie ihren Hals noch voller kriegen, als sie ihn eh schon haben. Zum Beispiel Putin, der über ein reiches Land herrscht und sich jetzt denkt, naja, nehme ich halt noch etwas mehr. Und da sehen wir, das ist nicht das, was uns erlöst. Das ist nicht das, was uns wirklich glücklich macht. Wir reden uns das nur ein, aber in Wirklichkeit frisst es uns auf. Angenommen, ich widme mein Leben dem Fußball, bekomme dann eine schlimme Fraktur und kann nie wieder Fußball spielen. Naja, was ist dann? Dann ist mein Leben ruiniert. Wenn ich mein ganzes Leben auf eine Person, auf irgendeine Beziehung, eine Liebesbeziehung, eine toxische von mir aus sogar ausrichte und diese Beziehung dann zerbricht, dann ist das Verlangen, dass ich nach dieser Person, nach dieser Beziehung habe, so groß, dass es mich wahrlich auffrisst. Wenn ich mich einmal dazu entscheide, ja, ist eh alles egal, nehme ich mal ein paar Drogen, dann besteht mein ganzes Leben nur noch daraus, diese Substanz zu bekommen, nach der ich abhängig bin. Und das frisst mich auf, das macht mich kaputt und eines Tages bringt es mich ins Grab. Und dann bin ich in der Hölle. Dann bin ich nicht in der Hölle, weil Gott möchte, dass ich ewig leide, weil ich ihm nicht gehuldigt habe, sondern dann leiden wir, weil wir selbst in diese Hölle gefallen sind. Natürlich, Gott lässt zu, dass dies geschieht. Gott lässt dies aber nicht zu, weil er sich daran ergötzt. Er ist die Liebe und er möchte ganz klar, das wird an mehreren Stellen betont, er möchte, dass wir alle gerettet werden, weil wir aus freien Stücken zu ihm gekommen sind. Wenn wir das aber nicht tun, sondern wenn wir stattdessen etwas anderes über Gott setzen, dann fokussieren wir uns auf etwas, das irgendwann zerfließt. Und wenn das dann zerflossen ist und wir darunter leiden, dann frisst uns dieses Leid auf. Wir haben nichts mehr, an dem wir uns festhalten können. Doch, dass Gott Liebe ist, 1. Johannes 4, 8, und dass er uns grenzenlos liebt, Johannes 3, 16, und dass er die Wahrheit ist, Johannes 14, 6, dass er auferstanden ist von den Toten, 1. Korinther 15, 3-7, dass er sich offenbart hat und dass er die Welt geschaffen hat, Genesis 1, weil er sie geliebt hat und weil er uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat, da können wir uns immer sicher sein. Irgendwann zerbricht eine Beziehung, auf die ich mich krankhaft fokussiert habe. Irgendwann ist mein Reichtum dahin. Irgendwann kann ich mein Hobby nicht mehr ausführen, irgendein Sportler zu sein oder sonst irgendetwas. Irgendwann wird all das Geschichte sein. Und dann, dann traue ich ihm hinterher. Dann habe ich nichts mehr. Weil ich etwas, weil ich auf etwas Vergängliches gesetzt habe. Und das frisst mich dann auf. Und genau das ist es, was die Hölle ausmacht. Wir trennen uns von Gott und fokussieren uns stattdessen auf etwas anderes. Auf etwas, das nicht trägt. Und jeder braucht etwas, ein Fundament, auf das er sich stützen kann, das ihn trägt. Jeder Mensch sucht nach irgendeinem Bezugspunkt, den er zum Dreh- und Angelpunkt seines Lebens macht. Wenn das nicht der allmächtige und ewige Gott ist, der nie aufhören wird zu existieren und der nie aufhören wird, dich zu lieben, Was soll es dann sein? Dann kann es überhaupt nicht sein, weil dann ist es für immer und ewig vorbei. Denn dann fokussierst du dich automatisch auf etwas, das Imperfekt ist. Und das wird dich auffressen, wenn du es verlierst. Was ich damit ausdrücken möchte ist, wenn ein Mensch sich ein Leben lang auf seinen Reichtum fokussiert, anderen sogar noch ihren Reichtum wegnimmt und aufgrund irgendwelcher machtgeiler Fantasien, wie zum Beispiel Wladimir Putin, die Leben zahlreicher Menschen zerstört, dann wird ihn das eines Tages zerstören. Denn Machthunger kann man nicht tilgen. Denn Macht ist begrenzt. Macht erscheint zunächst unbegrenzt. Und genau damit täuscht der Teufel ja. Und wenn man dann in diese Falle getappt ist, dann ist man davon abhängig, immer mehr zu bekommen. Doch man kann nicht zufrieden sein, denn man kann nie genug kriegen. Das Einzige, was genug ist, ist die Unbegrenztheit der Liebe Gottes, die Bedingungslosigkeit der Liebe Gottes. Das wird uns nicht auffressen, denn das wird uns auf ewig befriedigen, denn das ist das Fundament, auf das wir uns immer schützen können. Wenn ich heute versterben sollte, wenn ich heute plötzlich sterbe und habe mein Leben nicht auf Gott ausgerichtet, dann habe ich kein Fundament mehr, das mich trägt. Wenn ich aber mein ganzes Leben auf Gottes Liebe ausrichte, auf Jesus Christus ausrichte, der den Tod besiegt hat, der die Grenzen der Naturgesetze gesprengt hat, was ist dann? Was wird dann passieren? Dann kann ich, dann kann und werde ich nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Und das ist es, was die Botschaft des Evangeliums ausmacht. Das ist es, was die Hölle ausmacht und das ist es auch, warum die Hölle existiert. Und das ist auch der Grund, warum viele Menschen in der Hölle landen. Wir sehen es hier auf der Welt. Auf der Welt spielen aktuell folgende Faktoren eine Rolle. Geld, Macht, Ansehen und eigene Sicherheit. Und dafür sind wir heutzutage in einer kalten Gesellschaft bereit, alles zu tun. Und dann wird Gott immer wieder beschuldigt dafür, dass diese Welt so schlecht ist. Warum ist diese Welt wohl so schlecht? Weil wir uns nicht auf Gott ausgerichtet haben. Weil wir nicht Gott dankbar waren und weil wir nicht in der Einheit mit Gott die Genesis, die Creatio Continua, die Weiterschöpfung ausgeführt haben. Weil wir keine Beziehung zu Gott haben, sondern weil wir unsere eigenen Wege gegangen sind. Weil wir machthungrig geworden sind und weil wir eben etwas anstreben, das begrenzt ist und von dem wir gar nicht genug bekommen können. Begrenzter Macht. Und genau das ist das Problem und genau das führt zu diesen Bränden. Genau das führt zu dieser Zerstörung. Genau das führt zu Krankheit, Leid und Tod in der Welt. Genau das ist verantwortlich dafür, dass diese Welt in Trümmern liegt. Das bedeutet, das, was wir hier erleben, ist schrecklich. Das, was zum Beispiel in der Ukraine, in Gaza, in Syrien, in Israel oder sonst irgendwo passiert, das ist schrecklich. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es nur ein Vorgeschmack ist. Ein Vorgeschmack darauf, wie grausam die Hölle ist. Dieses Getrenntsein von Gott, dieses Getrenntsein von der ewigen Liebe Gottes, kann nur zu Zerstörung und zu ungenügendem Lebensstil führen. Das kann nur zu Unzufriedenheit und nur zu diesen zerstörerischen Ausmaßen führen, die uns auffressen. Aha, hier haben wir es. Das Feuer, das uns in der Hölle verzehrt, das verzehrt uns hier genauso. Denn die flammende Gier nach Macht, sie verbrennt diese Welt. Sie zerstört diese Welt. Sie zerstört Menschenleben. Sie ist es, die für diese Destruktionen verantwortlich ist. Wenn wir aber die unbegrenzte Liebe Gottes daran stellen würden, da an diese Stelle setzen würden, an der aktuell diese verdammte Macht Gier ist, was könnten wir als Menschen dann erreichen? Wie gesagt, der römisch-katholische Theologe Karl Rahner hat ein Buch geschrieben. Mit Ostern, so schreibt er, hat es schon angefangen, gut zu sein. Mit Ostern wollte Gott uns Menschen mit ihm versöhnen. Natürlich müssen wir durch zahlreiche Prüfungen gehen. Doch diese Prüfungen sind von kurzer Dauer. Und wir werden auch aushalten müssen als Christen, dass uns viele Dinge entgegenschlagen, die nichts mit Christus zu tun haben, weil sie vom Feind kommen, weil sie von einem Geist kommen, der nicht der Geist Gottes, sondern der Geist der Macht Gier und der Zerstörung ist. Der Geist der Verwüstung, der Geist des Satans, des Bösen. Aber, wenn wir da standhaft bleiben, in dem festen Wissen, in dem felsenfesten Vertrauen und in der Stärke, dass Christus uns vom Tod retten wird und schon gerettet hat durch seine Auferstehung und Himmelfahrt, ja, wie herrlich ist es dann, dies erstens zu realisieren und dies zweitens dann zu empfangen. Wir sind viel stärker. Ich merke das selbst. Ich bin viel stärker, gehe viel kraftvoller an Dinge in der Welt heran und ich kann viel angstfreier leben. Denn, wenn es sein sollte, dass ich schwer krank werde, wenn mich heute irgendjemand überfällt, wenn ich heute bei lebendigem Leibe gehäutet werde, was kann mir passieren? Das Schlimmste, das mir passieren kann, ist, dabei drauf zu gehen. Und wenn ich draufgegangen bin, ja, was dann? Dann kann ich nicht tiefer fallen, als in die Hände des mich liebenden Gottes. Ist das nicht schön? Ist das nicht eine ermutigende Botschaft? Und das ist kein Luftschloss, das wir uns bauen. Brüder und Schwester, das ist kein Luftschloss. Das ist genau das, das im Evangelium geoffenbart wird. Das ist das, was vor den Augen der Menschen, selbst vor den Augen der Zeugen, geschehen ist. Jesus ist auferstanden. Sein Grab war leer und ist leer und lässt sich heute noch in Jerusalem besichtigen. Der Apostel Paulus sagt es in Apostelgeschichte 26. Der Apostel Petrus schreibt es in 2. Petrus 1,16. Das ist vor den Augenzeugen der Menschen abgegangen. Saulus, der Christenverfolger, wurde zum Apostel Paulus. Muss ich mehr sagen? Muss ich mehr sagen? Heutzutage werden Drogendealer, deren ganzes Leben auf der Kippe stand, die kurz davor waren zu sterben, durch Jesus Christus radikal umgewälzt. David Wood, der amerikanische christliche Apologet, wisst ihr, wo der noch vor 20 Jahren war? Der saß als Krimineller im Gefängnis. Der hat sein Leben fast zerstört. Er hat Jesus Christus gefunden. Er hat ihn angenommen und er hat das Geschenk des ewigen Lebens. Er ist gerettet. Er ist heute ein gut aussehender Mann, stark in der christlichen Apologetik. Er führt ein gutes Leben und er ist mit Überzeugung Christ. Und ich denke, diese Botschaft können wir uns doch alle zu Herzen nehmen, weil es zeigt, was Jesus für uns getan hat und wie mächtig dieser Jesus ist. Die Probleme, die wir uns selbst schaffen, sind nur so mächtig, wie wir sie machen. Der Satan und die Hölle, sie alle sind nur so mächtig, wie wir sie machen. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, ein Mensch, der in Drogen versumpft ist. Ein Mensch, der Gott nicht hat und in Drogen versumpft ist und nur noch darauf schaut, wie er diese Drogen beschaffen kann. Ja, was ist denn mit dem? Ist er tatsächlich am gleichen Ort wie Hitler? Nun, die Hölle, so heißt es im Evangelium ganz klar, wird für den einen schlimmer sein als den anderen. Es gibt noch tiefer, gesunkenere Geister als man selbst. Doch eine Sache ist ganz klar. Wenn jetzt jemand wie Adolf Hitler stirbt und er kommt in die Hölle, ist es denn dann ungerecht, wenn er dort ewig verweilt? Nein. Er hat ja lange ins Haus und Braus gelebt, hat sich genommen, was er wollte und hat währenddessen 55 Millionen Menschen das Leben zerstört. Sie ermordet und zwar auf bestialische Art und Weise. hat Zerstörungen hinterlassen, die schlimmer nicht sein können. Und wenn er darin sein Ergötzen gefunden hat hier auf Erden und dann gesehen hat zum Schluss, als er stirbt und sich selbst umgebracht hat, erschossen hat wie eine dreckige Ratte, wenn er dann realisiert hat, wozu der ganze Mist geführt hat, der ganze antichristliche Mist, den er gemacht hat, seine ganzen Verbrechen ohne Gott dieses Leben, dieses gottlose Leben, das er geführt hat. Naja, dann hat er gesät und geerntet und jetzt wird er in der Hölle auf ewig gepeinigt für das, was er getan hat. Das ist nicht ungerecht. Das ist das Gerechteste, das es überhaupt gibt. Denn während Hitler es sich hier auf Erden gut gehen hat lassen, während zahlreiche Menschen gelitten haben und deren Leben zerstört wurden, hat er es sich gut gehen lassen. Und jetzt ist es genau wie in Lukas 16, 19 bis 31. Jetzt hat sich der Spieß eben umgedreht. Weil diese Erde ja nur ein kurzer, ein ganz kurzer Ausschnitt dessen ist, was wir als unsere Existenz, was wir als Sein betrachten. Ja? Denn wenn wir dann gestorben sind und wenn unser Leben beendet ist, dann fängt ja unser Sein erst richtig an. Ich denke, man hat es verstanden. Die Hölle ist kein Ort, an dem Gott Spaß hat, Menschen dafür zu bestrafen, dass man ihn nicht verehrt hat. Die Hölle ist ein Ort, der bereits sich hier auf Erden manifestieren kann. Es ist einfach die Abwesenheit von Gott, die man selbst gewählt hat. Und probiert es doch mal aus. Wenn ihr wisst, durch die starken Argumente und die schwachen Argumente der Atheisten und anderen Menschen, die scheitern gegen das Christentum und die starken Argumente für das Christentum. Was ist toller? So ein Tag im Freibad, der vielleicht ganz schön ist, so ein saftiger Burger, wenn man Profisportlisten ein paar Preise gewinnt oder aber die ewige Heilsgewissheit und das anschließende ewige Heil im Himmel, das ewig dauert. Der Herr Jesus Christus ist für ewig der Herr. Und er wird auch ewig mit uns sein. Ja, genau das ist es. Und genau das ist es, was das Beste ist, das man sich nur vorstellen kann. Jesus hat allem Reichtum entsagt. Im Gegenteil. Er hat sogar die schlimmsten Qualen erlitten, weil er uns so geliebt hat. Weil er uns so sehr geliebt hat, dass er Dinge auf sich genommen hat, die er gar nicht machen musste, aber die er getan hat, weil er uns so sehr liebt. Und dann fragt euch, was trägt? Welches Fundament trägt? Etwas, das euch am Ende zerstört, weil ihr darin keine Erlösung findet? Oder aber Gott? Seid nicht dumm. Seid nicht töricht. Hört darauf. Nicht auf mich. Nicht auf meine Worte, die ich hier spreche. Hört auf den Herrn Jesus Christus. Denn der sagt euch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Denn er ist der lebendige Gott und er hat uns gerettet. Er hat uns erlöst und er wird unser ewiges Heil sein. Alles andere ist vergänglich. Jesus aber lebt auf ewig. Und wer das weiß, wer das in seinem Herzen trägt, dessen Seele wird nicht durch dieses Feuer aufgefressen, was uns dann in der Hölle weiter auffrisst, das wir manifestieren. Dessen Seele wird auf ewig gerettet sein bei Jesus Christus. Das ist der Grund, warum Gott die Hölle zulässt. Weil wir sie uns selbst schaffen. Und deswegen ist es ganz wichtig, der Herr Jesus Christus liebt dich. Hab eine Beziehung zu ihm. Amen.